Sie haben gerade den Film gesehen, also ich möchte das Aufnahmeteam kurz vorstellen. Rechts von mir sitzt der Regisseur Ludwig Wüst. Dann der Schauspieler Nernat Schmigoc. Nernat Schmigoc. Nernat Schmigoc. Wir mögen sehr den Regisseur Ludwig Wüst. Er hat mich gerade jetzt daran erinnert, dass sein Film Koma auch hier, also in Moskau, gezeigt wurde. Ich persönlich mag sehr den Minimalismus. Und als erstes wende ich mich an den Regisseur. Vielleicht möchte er jetzt am Anfang irgendwelche kurze Aussagen machen zum Film. Ja, ich freue mich außerordentlich, dass wir wieder hier in Moskau sind mit dem neuen Film Tape End. Eben zwei Jahre nach Koma. Und Koma ist ja nach unserer Teilnahme um die Halle Welt gereist. Und hat überall sehr großes Echo bekommen. Und bei Tape End zeichnet sich Ähnliches ab. Und das ist eine große Freude für uns. Ich bin sehr glücklich, dass wir mit unserem neuen Film Tape End haben, dass wir hier in der Kino-Festivale haben. Drei Jahre nach dem Festival war mein Film Koma. Nach dem Film in Moskau haben wir in der Kino-Festivale haben, dass wir hier in der Kino-Festivale haben. Und er hat einen sehr großen Interess und Resonanz in der Kino-Festivale haben. Und in der Kino-Festivale ist, dass wir sehr glücklich sind, dass wir uns sehr glücklich sind. Ich freue mich natürlich auch, dass mein Hauptdarsteller Nenad Schmigotz hier ist, der auch in Koma die Hauptrolle hatte. Wir haben früher sehr viel am Theater gearbeitet, eben auch Urfaust vor zehn Jahren. Und werden weitere Filmprojekte realisieren. Ich freue mich, dass er hier ist. Leider kann die Claudia Martini, seine Partnerin im Film, die auch in Koma die weibliche Hauptrolle hatte, nicht hier sein, da sie in Wien Theater spielt. Und ich freue mich eben auch, dass Samuel Keppeli, mein Cutter, hier ist, obwohl ja in dem Film gar kein Schnitt gemacht wurde. Und eben mein ausführender Produzent, Matthias Pasmani. Zum Film möchte ich nur kurz sagen, es war... Ich wollte представieren, dass ich eine Schnittsgruppe. Ich bin sehr glücklich, dass ich mit mir am Akteur Nenad Schmigotz, mit dem wir arbeiten nicht im ersten Jahr. Er hat sich in der ersten Kompel gearbeitet, er hat sich in der ersten Kompel gearbeitet. Und mit ihm wir arbeiten, schon zehn Jahre alt, in der Kompel gearbeitet haben, ich stelle Profausta, er war da. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Das will ich jetzt nicht wiederholen, das dauert zu lange. Ich wollte in dem Film bewusst eine Situation schaffen für die Schauspieler, die exakt dem entspricht, was man später sieht. Das hat auch damit zu tun, dass am Set nur die Schauspieler sein durften. Also es wurde alles eingerichtet, aber der Nenard hat auch die Kamera bedient. Wir haben Timecodes, habe ich ausgegeben. Und ich wollte auch nicht dabei sein, um zu schauen, was passiert, wenn der große Aufpasser nicht da ist. Und wir haben einen einzigen Take gemacht. Also es gab keinen Durchlauf vorher. Es war wirklich die Situation, wie sie gefilmt wurde, ist so passiert. Und einen Tag später habe ich gesagt, das ist gut so. Und ja, so war es. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehen wir zu den Fragen über. Hans Schledel. Was ist in so einem Fall überhaupt der Regisseur? Naja, ich war eigentlich eher der Architekt, weil ich ja den Raum gewählt habe und quasi das Drama darum gebaut habe. Aber Regisseur war ich nicht mehr und ich würde auch gar nicht sagen, dass es ein Film ist. Es ist eher ein Tableau vivant. Und ich weiß, dass es für mich für das Konzept wichtig ist, da auch weiterzugehen. Also auch in künftigen Arbeit, wenn möglich noch weiterzugehen. Und ich weiß, dass es nicht mehr so weiterzugehen. Und ich weiß, dass es nicht mehr als Film ist. Und ich weiß, dass es nicht mehr als Film ist. Ich würde das eher als Psychodrama bezeichnen. Leute befinden sich in einer konkreten Situation und spielen dementsprechend das, was sie spielen. Noch Fragen? Noch Fragen? Noch Fragen? Ich denke, ich denke, dass es hier auch der Akteur antworten kann. Vielleicht kann der Schauspieler diese Frage beantworten. Wir wussten um die Geschichte, aber nicht um die Details. Wir wussten, dass wir uns die Situation auszuliefern, wie sie ist. Und entsprechend auch zulassen, dass das passiert, was passiert. Wir wussten die Geschichte, die Kon-Wu dieser Geschichte. Aber wir wussten keine Details. Und unsere Aufgabe war, dass wir diese Situation auszuliefern, oder so weitergegeben und dass wir diese Geschichte auszuliefern sind, dass wir diese Geschichte auszuliefern, wie Sie sie sehen. Also am Beginn jedes Projektes, also bei Koma war das so und bei Tapen vielleicht noch extremer, ist es so, ich schreibe sehr viele Treatments zu den Situationen und die Schauspieler lesen das, wir haben ja innerhalb von zwei Jahren ist das jetzt entstanden, die ganze Sache und die Leute werden konditioniert auf die Situation und dann ist ganz wichtig, im Endeffekt sind es wahrscheinlich 50% Improvisationen und 50% ist genau ausgemacht. Und es hat mit dem großen Vertrauen zu tun, was die Schauspieler mir entgegenbringen und auch umgekehrt, dass das möglich ist. Das ist die Schauspieler, die sich mit dem Akteur haben, aber dann, auf die Schauspieler, arbeiten zu können, und ich würde das so ein bisschen sagen, dass das so ein bisschen ist. Und ich würde sagen, dass ich in diesen Szenen 50% das so ein bisschen als ein bisschen, das so 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 ein bisschen. Und ein Punkt kommt noch dazu, ich habe zehn Jahre am Theater gearbeitet und ich glaube, ohne diese Erfahrung wäre es nicht möglich, mit den Schauspielern zu arbeiten, obwohl ich jetzt sagen möchte, dass Tapen ganz sicher kein Theaterstück wäre, das würde nicht funktionieren. Es braucht wirklich die Leinwand hier und es braucht auch Sie als Publikum, aber es ist kein Theaterstück. Also bitte, sagen Sie mal, warum er wirklich die Leinwand braucht? Warum? Wofür? Warum funktioniert das nicht auf der Bühne? Was ist der Unterschied? Dann скажите, пожалуйста, объясните, а почему, собственно говоря, вам необходим здесь именно экран? Вот объясните, объясните, почему без экрана это невозможно? Ich glaube, dass die Bandbreite hier, die kann von Komödie, Tragödie, Farce, Schmierenkomödie, da ist viel möglich. Im Theater würde es wirklich nur zu einer schlechten Komödie verkommen, weil die Leute, die Schauspieler würden das Publikum spüren, wie es mitdenkt und mitlacht und so weiter. Und das geht nicht. Deswegen war auch wichtig, dass die Schauspieler am Set völlig alleine sind. Das heißt, sie haben keine Reflexion nach außen, außer die leeren Wände. Und ich sage mal, eines meiner Hauptthemen ist ja auch immer die Einsamkeit des Menschen an sich. Und das kann nur in einem Raum sein, der wirklich...